Und schassendlich haben sie dann ein Goal gemacht und bei uns hat dann auch das nötige Gleich. Gefährt zu schassend. Kevin Krüney von Ribot-Cotonin verliert gegen Lausanne mit 0 zu 4. Haben wir heute wirklich alles falsch gemacht, dass man kein Goal geschossen hat? Nein, eigentlich nicht. Ich denke, wir haben gut angefangen. Aber wir sind dann im Zweidrittel, da hatte ich das Gefühl, wir haben recht nah gelassen. Und schassendlich haben sie dann ein Goal gemacht und bei uns hat dann auch das nötige Gleich. Gefährt zu schassend. Du selber spielst nicht so lange schon bei Cotonou. Du bist von FISB gekommen. Was ist so der grösste Unterschied zwischen der Swiss League und der National League? Mit der Nation ist vor allem alles viel schneller. Viel detailreicher. Ich habe, bevor ich hierher kam, viel mehr Informationen bekommen. Es ist alles schneller, ein bisschen professioneller würde ich auch sagen. Und ja, das wäre es eigentlich. Wie hast du dir so eingelebt in das Team Fabribo-Cotro? Ja, ist super. Sie haben mir sehr gut geholfen. Ich habe mir sehr gut eingelebt. Ich habe schnell das Tempo ahnen können. Am Anfang hatte ich ein bisschen Mühe. Aber ich denke, das kommt gut. Was kennst du noch über den Verein, über die Stadt selber, über den Kanton? Eigentlich nicht so viel. Als ich nach dem Training kam, habe ich versucht, die Stadt schnell anzuschauen. Ich kenne Fribourg in der Stadt nicht so gut. Einfach den Hockeyclub von früher. Aber sonst leider nicht so viel. Aber ich würde es gerne weiter lernen können. Noch einmal. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wінend ist sicherlich.